Als ich 14, 15 Jahre alt war, hatte ich schon das Interesse, mich mit Musik intensiv zu beschäftigen. Ich habe dann im Konservatorium Komposition studiert und nach einigen Jahren bin ich dann nach Graz gegangen. Das war dann für mich auch der Ort, wo ich dann auch Künstler kennengelernt habe, die mir tatsächlich einen Horizont eröffnet haben, den ich vorher nicht kannte. Die Arbeit des Komponisten auf der einen Seite wird als etwas Besonderes betrachtet. Es gibt diesen kreativen Bereich im Komponieren, den man vielleicht nicht immer mit Worten fassen kann. Aber es gibt einen ganz großen Bereich, der ist einfach nur Arbeit. Komponieren als Beruf ist sicher eine sehr große Herausforderung. Es ist ein kreatives Arbeiten, das man am Abend nach getaner Arbeit eigentlich nicht abschalten kann. Also Gaia ist im Rahmen dieses Wettbewerbes sehr schnell, sehr spontan entstanden. Ich hatte 2016 einen Film von Nikolaus Geihalter gesehen, Homo Sapiens, der verlassene Orte auf der Welt darstellt wurde. Das war eine sehr starke Emotion im Sinne von irgendwie Trauer, weil es keinen Menschen, weil es den Menschen nicht mehr gibt. Aber auch diese Faszination, was die Natur, was Zersetzung, Destruktion von Materialien mit diesen Orten anstellt. Soll's Geihalter